Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, beziehungsweise zur ersten Folge von SQ-Bad Leben. Herzlich willkommen zur ersten Folge LS19 A Story of the Farb. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Putschebelangter 1 und die Offenkung auf der X-Body One. Hey und Willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal, mit der Let's Play zusammen mit SQ-Body One. Wir spielen zusammen Treasureboard auf Deutsch, Deathboard auf der Ice. Hey, ich bin mein Let's Play und ich begrüße euch zu einem neuen Minecraft-Roleplay-Frame. Wir sind heute ein Farmer. Ja, das ist mein Farmer. Und ja, wir werden heute ein neues Spiel starten. In der nächsten Folge werden wir jetzt noch die SQ-Body One. Ich bin mein Let's Play und ich begrüße euch zur ersten Folge von The Bus. Ja, das Spiel ist heute endlich erschienen. Und ja, wir werden heute schon die Fahrt fahren. Und zwar vom Flughafen Tegeln zum Alexanderplatz. Ja, mit dem Gelenkbus diese Folge bis zum Alexanderplatz. Und dann zurückfahren wir dann mit dem Reizhörer. Neue Spiele auf dem Kanal. Und zwar sind wir, äh, in der Spring King von Ripley. Das Ganze ist noch im Early Access. Und ja, wir werden heute Abendlange verschwärts von unserem Männchen kommen. Und ja, wir werden mal, dass wir heute hier essen. Junt euch über den Stunden. Und ich bin entraouse mit dem Kader. Und ich bin morgens dabei. Musik bei einer in der dahin些 Phase verabinda. Junt euch die به. Bis zum nächsten Mal.